hallo zurück zu unserem schrei nicht so laut ja lasse doch es kommt dir davon wenn du meine knochen stilz ist lustig und flirte aber gar kein leben da hätte er seine mit dem taschen kannst du die knochen wieder zurückgeben ich mag das mal was ausprobieren mit dem ich mag das mal ausprobieren und zwar wie kann ich dir das sieht aus wie kann ich dir wo bist du hier kannst du mir das lehnen hier so ich hab das in der hand hat sich zu scheiße dankeschön es ist bisschen scheiße aus weil er einfach dringestanden ist ja ich weiß das ist gefragt mich mal ich habe das auch gesehen da ist wieder so ein mutant mutant oder ich bin mir gar nicht sicher das war so groß aus der war fast so groß wie die ganze wall naja ich glaube wir könnten da die um nacht eigentlich mal pennen was futtern pennen oder so hey ja genau nein das essen lag du spaß ich dachte das ist das was drin lag für das was du vorhin vergessen hast weil du hast doch mal nein ich habe es gerade reingelegt ich konnte gerade nicht essen weil ich nicht irgendwie zu doof war mal wieder gut dann schlafen wir mal so spreche ich mal ja ich habe hier ich mal jetzt mal speichern warte c speichern und schlafen passiert nichts das ist gerade irgendwie ein bisschen komisch ok nochmal probieren warte gehen wir komplett von diesem blöden bett weg gehen wir nochmal hin ich möchte jetzt schlafen das ist schon teil es sind schon bugs drin aber für die alpha für die alpha ist es ok für die alpha ist es akzeptabel man kann es noch ordentlich spielen ja aber es ist irgendwie mehr hat er dann sag ich mal seilig hochklettern nicht schlafen können das sind also wachs die wirklich nervtöten sind wenn ich da hochkomme ich tötete dich so ok das ist was drauf gekommen spaß wir wollen den leuten was das bieten ist ja gut dann fahr ich habe immer das boot oder war das das lockt keine ahnung ich habe hier so viel hunger und durst und irgendwie hält das kleine zeug was ich ganze zeit nicht an die folge wollten wir wieder in die höhle glaube ich eigentlich oder wollen wir noch ein bisschen bauen weil ich weiß nicht die höhle macht sind wir immer schon drei folgen teilweise ist schon so das sind wir schon lange und wenn wir immer so ein zwei folgen bauen und dann ein zwei muss schon gleichmäßig sein ist das für dich und für mich ich komme mir gerade wieder nichts als gibt es ja schon ich glaube du immer kochst ich nehme einfach von dem ding was runter und es ist direkt und ihr fragt mich nicht weil mir funktioniert es nicht haben von namen von namen von namen auch ich habe ein bein hingegangen immer leid wie soll ich ein bein wieder im inventar das ist es ist doch zum kratzen sowas art die falle wurde ausgelöst aber irgendwie liegt da keine leiche ja geil wo ist eigentlich unser flow ach da wohl denke ich gerade die falle auch wieder aufbauen ich glaube in dem gleiche moment noch mal rein supi hast du gut gemacht jetzt oder so ich fülle jetzt meinen topf noch mal auf also das leckt bei mir wieder wie kacke hier immer gucken ob mein topf noch aufgefüllt ist 100 prozent ja es ist aufgefüllt die 50 prozent aufgefüllt die fülle ich auch noch mal auf der baum hat es kommt echt schnell also kann man sich nicht beschweren ich habe schon 100 baum hat 100 ja ich habe meine eine fuhr das sind sowieso 20 stück oder so wie man mich auf 44 guter bis jetzt brauchen wir nicht so viel baum hat zum reparieren heute wollen ja gut bin ich denn ausgerüstet also ich habe jetzt die ganzen flares habe ich trinken habe ich topf habe ich kann man da nix habe ich dabei alles kann man ja wohl sehr schön ich nehme mal nur ein medic mit und meine pflanzen weil die medics die finden wir so krass dort drin und wir brauchen mehr so regale unbedingt man wir müssen ja haus fertig müssen die wand fertig liegen dann mehr hauptsache regale hin wollen wir es auf dem wasser dann machen die regale würde ich schon unser hauptsache hauptsache und unser haus da hinten und dann im haus die ganzen regale voll schön einrichten noch ein richtiges schönes wohnhaus das wird schön es wird richtig schön ja da wo ist denn jetzt rüstung muss man halt damit leben dass sechs hasen die einfach immer die gleiche animation machen direkt im takt und das ist so lustig da kann ich einen halben tag zu schauen so ich fühle es gerade mein bären ding naja ich hätte auch gern sowas darf ich ihn haben das ist noch nicht zwei zwei rabbits waren es ne zwei rabbits ja da muss einer ein rabbit jetzt dann muss jetzt ein rabbit du hast einfach linke maustaste gedrückt wird es ist ja voll zum kotzen du hast du nur das fleisch was hast du getan was ist das für ein bullshit wenn ich das töte habe ich nur das fleisch was ist das für eine kacke dann brauche ich dir scheiß gar nicht das ist doch für fälle eigentlich direkt nochmal machen wir das tor zu machen wir das tor zu ich droppe den machen wir das tor zu moment kannst lassen alter ist ja schnell jetzt haben wir nur noch drei hausend müssen eigentlich vier sein so das nehm ich dir man muss den echt trocken damit man ein fell bekommt wenn du es so in der hand tötest wir haben noch vier hasen mein guter ach so ich habe jetzt überhaupt kein rapid skin bekommen ok das ist jetzt das bären ding oder wie einfach zwei hasen dinge ok ich will auch füllen du hast natürlich leer gemacht das ist natürlich wie leer sind die bei dir gar nicht mehr drin ne ach jetzt haben die das ach die haben das wahrscheinlich gefixt weil ich habe auch kein zweites fell und so bekommen das ist aber böd komm dann geh mal los essen tue ich später nochmal dort hinten ist ja noch ein lagerfeuer wir finden hier bestimmt noch bären unterwegs schnell so gerade habe ich genug sticks dabei ich habe sechs sticks warte ich tue noch ganz kurz jetzt wäre ich fast in die bombe reingelaufen ja sicherheitshalber nehme ich ein paar sticks mit ja ich mache auch mal mein beutelfall und so und noch hier weil das ist immer so eine sache da unten hast du irgendwie kaum sticks gefunden gehabt ja es ging sogar man hat relativ viel sticks gefunden da unten ich bin in der höhle in der höhle ja aber ich meine über der höhle dort die stelle die war ein bisschen arm mit sticks ja das hast du gewonnen ja gut ey weißt du noch ungefähr wie man da hinkommt nö ja immer am strand entlang und dann gut ich bin voll mit den sticks komm jetzt zu dir ja ich bin auch voll gut also rüstung habe ich halt jetzt nicht voll aber ne ich nehme mal meine bärending vielleicht finde ich noch ein paar bären ich bin mir zu interessieren können wir mal giftige auch pflücken weil das ist halt jetzt so eine sache ne das ist sehr interessant ne ach dafür braucht man wahrscheinlich auch die giftigen dinger weil die bringen ja einfach nur farbe dann sicher dass man die ah da sind eingeborene da hinten ja ja natürlich schnell ich suche mir noch paar bären hier im wald es sind vier eingeborene da hinten ja das machst du schon mit hast du bären gefunden nö ich finde keine bären aber ich glaub da unten bei der bei der siedlung war noch im bärenbusch kurio lauf einfach nicht lauf einfach oben am wald entlang dann ziehen die dich nicht fürs erste ja so oder blau wenn du irgendwo bären siehst schreist du ne oh da ist ein grizzly bär das wär geil wenn sie bären geben würde glaubst du ja das ist geil ja vielleicht tun sie sie ja noch irgendwo mal ein für bärenwölfe so Tiere zum jagen und so weißt du dass du noch andere sachen machen kannst naja klar so aus den fällen und so vielleicht kleidung damit ich mir so schnell kalt würde und so ich weiß es nicht ja dass man nicht so schnell friert dafür ist ja rehaut ach da ach da wunderbar sehr schön so blaue die kann ich einpacken weiß gar nicht wie viel kann man denn da eigentlich stimmt stimmt genau wann ist das ding eigentlich voll das steht irgendwie nicht da ja wahrscheinlich kannst du es irgendwann mal einfach nicht mehr auffüllen wissen das eigentlich ich kann das eigentlich nur equipen aber ich kann jetzt nix draus essen irgendwie doch ich schon ja die bären die liegen daneben vier stück habe ich kannst du wahrscheinlich einfach unendlich sammeln ach die schnach gott twin berry okay vielleicht kann man nur unendlich sammeln ne glaub ich nicht wahrscheinlich wie es acht von jeder sorte oder sowas ey acht zehn von jeder sorte ja na gut dann gehen wir mal ich glaube vier bären das ist schon hart bisschen traurig ich hätte gerne noch voll gehabt ach hier ist das wasser ok dann rennen wir mal in richtung siedlung die wir hier irgendwo da sind noch ein paar koffer da ist die koffer ich glaube die verschließen sich wirklich immer wieder ne ja das ist nicht ganz praktisch ich habe übrigens ne äh kleidung äh bei mir war leer da ist ein snack dran ja den kann ich schnell essen das ist gar nicht mal so blöd ja toll jetzt ist er weg sorry es ist komisch jetzt dass das nicht mehr funktioniert schade da ist noch ein snack bei mir ja da ist überall noch ganz im koffer überall nur snacks drin was ist das denn medizin und medizin und medizin hier wäre medizin ja ne sehe ich grad nicht ja ich kann die ganzen snacks nicht essen hast du es genommen ich habe snacks irgendwie ist es noch verpackt kann es sein weil mann ich es verschwindet mann ich es nicht ich weiß es nicht eh egal da werden nochmal ne hasen hier kann man gut hasen ich finde hier kann man echt gut hasen dein topf ist voll oder wollen wir ein paar fische mitnehmen ja ich glaube drei fische kann man mitnehmen ne welche siehst du die hasen relativ gut komm schon komm herrlich genau jetzt bewegt das sich hier kannst du gut auch die pfeile wieder einsammeln hier das ist eine gute fläche zum hasen jagen echt ja ja ein fisch drei fisch rüber so mit dem einen fisch komme ich nicht ein harte drei fische schon ich glaube man kann nur drei fische mitnehmen jetzt habe ich drei fische noch ein hasenfell jetzt habe ich wieder zwei hasenfälle du bist echt gut mit dem bogen respekt ja stimmt ich hätte jetzt eigentlich einen bogen und naja ach scheiße das habe ich zu spät gesehen na gut also ich gehe jetzt zu den zelten und tun wir speichern und dann können wir wieder runter gehen oder wollen wir wirklich in den anderen äh höhleneingang mal reingehen wo wir ausgefunden sind oder wie oder was meinst du ne ne wo wir noch mal gefunden haben da ist ein bisschen weiter oben gelegen ja dann können wir den nehmen weil dann können wir wahrscheinlich können wir dann die gleiche Hülle das ist die gleiche weil dort wo wir äh wir müssen ja nur wissen wo wir dann wieder hin gehen müssen total ich glaube das war vielleicht das andere seile was nach oben ging kann das sein ja gut da waren viele seile ne also das ist ja da wo waren das das müsste hier irgendwo gewesen sein ähm hm 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 wo hat es ah da ich glaube ich habe es gefunden gefunden wo bist du ich sehe den Namen nicht hier bin ich nach hinten nach hinten ach bei dem zählt ja stimmt warte ich muss nur noch ganz schnell ins wasser blut abwaschen hm 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 also hast du das Fische auch genug ne Fische aber ich habe zweimal Hase äh gut also im Notfall habe ich ja auch noch drei Fische äh drei Fische ja doch dabei gut dann ab nach unten ich glaube ich habe ich glaube ich habe edible heißt was edible heißt roh ne ich weiß es nicht ähm ich weiß ich auch nicht ich höre es gerade stampfen ich höre es gerade stampfen hörst du das auch oh nein schnell runter ernsthaft oben ist einer ja man ja man ja man das lebt bei mir immer wenn ich immer der Übergang in die Höhle dann nächst du kacke ja bei mir auch extrem ja wie tief geht es denn hier wieder runter wo bin ich hier ich höre immer noch das stampfen hörst du das nicht doch wollte warte ich werfe da mal eine schöne Flair nach vorne huch ähm ok da geht es ganz schön weit tief ach da geht es nochmal runter jetzt oder okay ist bei dir hier auch so ein weißer Strich? ja ich den habe ich ja nach oben geguckt ok her ist so ok ok und nach unten ja schon vielleicht soll ich mal nicht mit dem Bogen umlaufen ist es ein bisschen so optimal so machen wir das Licht wieder oben da gibt es nochmal nach unten ich glaube wirklich das ist ja es ist genau die Stelle ist dann müssen wir nur noch eigentlich tauchen jetzt sind wir beim Wasser es ist alles ist noch das das ist jetzt nicht das Wasser wo wir waren oder? ne jetzt muss ich mal Inventar dann das Ding ausrüsten oder? und dann kommen wir mal rein oder? ja ja da 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 ist nichts da ist nichts hier geht es entlang und hier direkt wieder hoch das ist nicht viel und da geht es gleich wieder runter ich höre die Babys ahhh eklig komm die da irgendwie hoch komm die da irgendwie hoch? warte soll man den Pfeil erledigen oh alter ist vielleicht fast runter geflogen da sind drei Kücher oder wollen wir den Molotov von besmeißen die Babys die machen nicht viel Schaden die gehen einfach mal runter auf den Platz ja ich bin mit äh was war das jetzt? alter ist doch ein bisschen mehr Babys das ist nicht ich fühle mich nicht noch gar nicht bewegen hier ne doch nicht nur drei ja gut dann haben wir das auch immer ledig ich hab die nicht daumen an ja liel einfach netze waschen hauptschen da ist ein Spalt halt ich friere schon wieder da geht es nicht entlang ist noch nicht hey Moment irgendwie Hast du auch grad dieses... Ja, stimmt. Gerade eben. Es kommt doch eigentlich immer nur, wenn man was entdecken kann, oder? Ja. So ein Story-Teil. Aber vielleicht ist das ja... Ne, noch nicht. Ok, das hatten wir noch nicht. Das ist... LOL, wir sind wieder draußen. Nein, wir sind in der Höhle. Beim Loch. Aber ich komm nicht raus. So, jetzt. Ich komm hier nicht raus. Ah, jetzt hat er... Ah, da wollten wir eigentlich hin, ne? Ja, perfekt. Ja. Cool. Ah, da können wir aber noch weiter runtergehen. Hey, das ist ein Zelt. Ja, das hab ich gesehen. Nicht früher nicht mehr. Alter, das ist ein Zelt. Hey. Sticks, Sticks, Sticks. Alter, hier war ein richtiger Lager. Schau dir jetzt mal hoch. Knochen, sehr schön. Die kann man immer brauchen. Leer. Ah, da ist was zum Angucken. Ein Baum. Ein Kreuz vor einem Baum. Alter, wie viel Flair ist einfach. Oh, Alter, was ist das hier? Soda, Soda hier. Ganz viel Soda, sehr schön. Oh. Kreuz vor einem Baum. Ist das nicht unser Baum? Ey, ich kann kein Soda machen. Ist das nicht unser Baum? War das nicht unser Baum? Also der, 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 der... Ja, ja. Ich glaub auch, ne? Der heilige Baum da? Siehst du die Soda doch, die hier? Ja, die hab ich, die hab ich eingesammelt. Hier ist noch ein bisschen Alkohol und Medic. Oh, Alkohol und Mach da. Oh, okay. Alkohol, warte. Tue ich noch ein paar Molotows herstellen. Ja. Da haben wir da schon. Ich auch, äh, Bows und Stoff war das, ne? Einfach nur, äh... Warte, wie da hab ich denn? Vier, warte, einen mach ich noch. So. Zack, 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 zack. Ich geh auch noch ne Bombe erstellen, weil ich hier noch... Weil ich jetzt so viel Medizin, ne scheiße. Ja, ich auch. Ja. Was? Ich könnte noch ne Bombe erstellen, das machen wir auch gleich. Hey, hier ist ein Knochen. Alter, ich bin so ausgerüstet, Mann. Voll viele Bomben, Molotow, Alter, voll viel, Mann. Ich will hier rein, lass mich rein. Schaugeil, schaugeil. Endlich die Höhle, Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang schon die Folge ist. Geht's viel weit? Ach, hier geht's wieder rein. Wie, wie, lol, weit ist denn die Folge jetzt schon? Du, Alter, bei mir hängt's grad voll. Oh, ja, bei mir auch. Alter, leck mich doch am Sack. Wow. Wollen wir denn... Doch, die Folge könnte jetzt, glaub ich, schon langsam zu Ende sein. Ich weiß grad gar nicht. Ich auch nicht genau. Oder ne, ich... Fünf Minuten haben wir jetzt, glaub ich, noch. Na gut, dann haben wir halt fünf Minuten einmal überzogen, wie der Fall ist. Oder wir wollen jetzt echt stoppen und sagen... Ja, oder ist das einfach ne kürzere. Okay, dann machen wir hier. Hier, direkt beim Pseil, ähm. Danke, dann... Eben, wenn ihr wissen wollt, dann wie's weitergeht mit der... Was ist denn das eigentlich? Grube... Erkundungstour... Grube... Loch... Erkundung... Höhlen... Forschung... Dingsel... Penis... Also dann... Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.